Narzissten sind Nervensägen. Es ist anstrengender als den Mount Everest zu erklimmen, mit einem Narzissten zusammen zu sein. Sei es als Liebespartner oder wenn du das Kind narzisstischer Eltern bist, wenn dein Kind narzisstisch ist oder dein Chef. Sie sind extrem hartnäckig in ihrem Verhalten und haben nur eins im Sinn, Macht. Und dich zu dominieren, klein zu halten, auszutricksen, und zwar mit Mitteln und Wegen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Sie stellen dich gern bloß, um dich für irgendetwas zu bestrafen, das du getan hast, auch wenn du dir nicht der geringsten Schuld bewusst bist. Vielleicht warst du etwas zu schön, zu erfolgreich oder du hast versehentlich etwas gesagt, das sie hat auffliegen lassen. Dann kannst du dich auf ein riesiges narzisstisches Theater gefasst machen. Denn sie fühlen sich durch dein Licht in den Schatten gestellt. Sie werden dich ignorieren und dich quälen, zum Beispiel mit etwas, das sich Silent Treatment nennt. Sie sprechen dann einfach nicht mehr mit dir, ignorieren dich oder ziehen sich kurzfristig oder auch über längere Zeiträume völlig zurück, um dich dafür zu bestrafen, dass du irgendetwas getan oder gesagt hast, was ihnen nicht passt. Sie sprechen dir ab, dass du in der Lage bist, logisch und rational zu denken oder Zusammenhänge zu erfassen, indem sie dir über Jahre immer wieder vermitteln, dass mit deiner Wahrnehmung irgendetwas nicht stimmt. Sie tragen aktiv dazu bei, dass du irgendwann nicht mehr weißt, was richtig und falsch, wahr oder unwahr ist. Sie verwirren dich absichtlich, um dich zu schwächen und zu manipulieren, und sie übernehmen niemals Verantwortung für ihre Boshaftigkeiten. Wenn sie einmal auf frischer Tat ertappt wurden, winden sie sich und schleichen um die Wahrheit herum, bis du einfach nicht mehr kannst. Aber zu ihrem Tun oder ihren Worten stehen und Verantwortung übernehmen, nicht bei einem Narzissen. Zudem dulden sie in einer Beziehung keine Gleichberechtigung. Ihnen ist egal, dass du immer kleiner wirst. Wenn du zu einer Person wirst, die man nicht mehr wahrnehmen kann, weil sie so unscheinbar und klein geworden ist, dass man sie übersieht. Und wenn du wächst oder erfolgreich wirst oder plötzlich ausgeglichener und selbstbewusster wirst, oder wenn du abgenommen hast und einfach eine stärkere Präsenz hast als zuvor, oder wenn du ein paar gute Freunde gefunden hast, die zu dir halten, wird ein Narzisst dies torpedieren. Sie werden alles, was sie finden können, aus ihrer Trickkiste holen, um dich wieder in die gewohnte Mini-Position zurückzubekommen. Ihr Neid, Egoismus und ihre Rücksichtslosigkeit sind unerträglich. Mit einem Narzissen über mehrere Jahre in engerem Kontakt zu sein, ist extrem ungesund und raubt einem aber auch das letzte bisschen an Lebensenergie. Und wenn du irgendwann an einem Punkt bist, an dem du dir sagst, es reicht, ich habe keine Lust mehr, angeschrien zu werden, weil ich meinem Narzissen zu einem ungünstigen Zeitpunkt von meinem Erfolg erzählt habe. Oder mich zur Schnecke machen zu lassen, weil ich mich dazu erdreistet habe, mit ein paar Freundinnen shoppen gegangen zu sein, ohne mich vorher abzumelden, gibt es ein paar Methoden, den Spieß umzudrehen. Denn der Narzisst hat wunde Punkte, Schwächen. Und die sind nicht klein. Deswegen brüllt er gern so herum, ohne auch nur eine Sekunde daran zu denken, die Verantwortung für sein unmögliches Verhalten zu übernehmen, damit niemand seine wunden Punkte sieht. Ein dominant auftretender, raumgreifender Platzhirsch von einem Narzissen trägt ein Geheimnis mit sich herum. Und dieses Geheimnis will er hüten wie sein Baby. Ach, das war kein gutes Beispiel. Aber er wird es hüten, denn er will nicht auffliegen und als das dastehen, was er ist. Ein Kleinkind, das sich in dieser Welt verloren vorkommt, weil es nicht wahrhaben will, ein Kleinkind zu sein. Und deshalb die ganze Zeit Menschen dominieren, austricksen und demütigen will. Es schreit einfach die ganze Zeit lautstark und ohrenbetäubend herum, damit alle sich ihm unterordnen. Also, was kannst du tun, wenn du endgültig die Nase voll hast? Immer mit irgendwelchen dummdreisten Bestrafungen rechnen zu müssen, sobald du einmal ein Wort gesagt hast, das dem Narzissen nicht in den Kram passt und bei dem sich am Ende sowieso herausstellt, dass sie pure Fantasien des Narzissen waren. Jede Situation im Leben eines Narzissen dient dem Zweck, sich nicht ansehen zu müssen. Es ist ihre größte Angst, größer als verlassen zu werden und größer als aufzufliegen. Die Angst davor, nach innen zu schauen. Angesichts der Ruine, die man dort vorfindet, ist dies verständlich. Nur sind sie permanent vor etwas auf der Flucht, das immer schneller ist als sie selbst, oder? Deshalb sind Narzissen wie Wasserkessel, die immer pfeifen. Sie stehen immer unter Druck, dem Druck, nicht hinsehen zu wollen. Doch es gibt Situationen, die für einen Narzissen an Bedrohlichkeiten nicht zu überbieten sind. Nämlich alle, in denen er Gefahr läuft, sich ansehen zu müssen. Situationen, die all ihre unterdrückten Minderwertigkeitsgefühle, ihren Selbsthass, ihre Scham und ihre Schuldgefühle triggern. Das fühlt sich für sie an, als hätte man ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt. Und das geht so. Das oberste Gebot im Umgang mit einem Narzissen, der dich als Quelle seiner narzisstischen Zufuhr auserkoren hat, ist, lasse dich nicht hineinziehen. Er attackiert dich, du bleibst ruhig und gelassen. Auch wenn du es nicht bist, tue einfach so, spiele ruhig und gelassen. Reagiere auf nichts. Antworte so kurz angebunden, wie du kannst. Aha. Verstehe. Nein, danke. Und so weiter. Er demütigt dich, verspottet dich, lacht dich aus, indem er dir genau die Punkte vorhält, die deine größten Schwächen sind. Er lacht darüber, dass du ihn immer noch nicht verlassen hast, weil du mit 54 Jahren nicht weißt, wohin. Er macht sich darüber lustig, dass du keinen anderen Mann finden wirst. Du bleibst ruhig. Verlasse den Raum, wenn du kannst, aber reagiere nicht. Das schneidet ihn von seiner Quelle narzisstischer Zufuhr ab und triggert all seinen unterdrückten Psychoschrott. Er breitet seinen toxischen Tratsch über andere Leute aus, die du kennst und sogar liebst? Gehe nicht darauf ein. Zeige dich gelangweilt, aber mindestens kühl und unaufgeregt. Auch wenn es schwer fällt. Mit anderen Worten, praktiziere die Greyrock-Methode. Sieh dir hierzu bitte mein Video »Die Greyrock-Methode« an, falls du noch nicht weißt, was das ist. Ein Narzisst hasst es, wenn du an Größe gewinnst. Jedes bisschen an Fortschritt in deinem Leben ist für den Narzissten ein Stich in sein kaltes Herz. Also, nehmen wir an, du entwickelst dich. Du wirst einfach größer. Ein bisschen ausgeglichener und friedlicher. Und du lachst auch etwas mehr. Und du hast ebenfalls ein paar Freunde gefunden, mit denen es dir Freude macht, zusammen zu sein. Du trägst die Haare anders und lackierst dir die Fingernägel und ziehst dich modischer an. Dies triggert den Narzissten in besonderer Weise, weil er zumindest unbewusst weiß, dass er sein Opfer benötigt, um in dieser Welt überleben zu können. Ein Narzisst hat im Grunde keine eigene Lebensenergie. Er benötigt dich, sein Opfer, um dich anzuzapfen. Und wenn du zu zufrieden und gelassen und ausgeglichen bist und nicht in der Illusion lebst, dass du von dem Narzissten abhängig bist und zu klein bist, um allein in dieser Welt zurechtzukommen, wird es wahrscheinlicher, dass du ihm wegläufst. Und wie steht er da, wenn er keine externe Zapfsäule für seine Lebensenergie mehr hat? Dann wird er panisch und wird unverzüglich nach einem neuen Opfer Ausschau halten oder versuchen, dich schnell wieder dahin zu bekommen, wo du vorher warst. Deshalb ist es eine hervorragende Methode, einen Narzissten nervös zu machen, wenn du es denn gern möchtest, dich zu entwickeln. Es macht ihn regelrecht krank. Bitte lasse mich in den Kommentaren wissen, ob du jemals den Spieß der Macht umgedreht hast. Ich bin sehr neugierig auf deine Geschichte. Ein weiterer Punkt, die Machtverhältnisse umzukehren, ist, unberechenbar zu sein. Ich sagte es schon oft und werde nicht müde, es in die Welt hinaus zu posaunen. Narzissten hassen Überraschungen. Sie hätten am liebsten eine Welt, die akribisch genau durchgeplant ist. Am liebsten hätte ein Narzisst einen Minutenplan an der Wand, auf dem genauestens abzulesen ist, wann welcher Blumentopf umfällt. Oder wann welcher Vogel auf welchem Ast welchen Baums landet. Sie lieben es, wenn alles genau vorhersehbar ist. Und auch du sollst exakt berechenbar sein, wie eine Maschine, die ausschließlich in seinem Sinn funktioniert. Sei also unberechenbar. Tue Dinge, die der Narzisst nicht erwartet. Tue so, als würdest du mitspielen, doch im letzten Moment tust du etwas, mit dem der Narzisst nicht rechnet. Das verwirrt ihn zutiefst. Wenn du kein braves Opfer bist, läuft der Narzisst Gefahr, aufzufliegen. Und wir wissen, wie gern unser Narzisst das hat. Es verunsichert ihn bis ins Mark, weil er fürchtet, dass du irgendwelche Dinge tust, durch die er für andere Menschen durchsichtiger wird. Seine ganze Geheimhaltung, was er ein Kernstück seines ganzen Lügengebäudes ist, droht zusammenzubrechen. Auch dies triggert seinen Selbsthass, seine Minderwertigkeitsgefühle und seine verborgenen Schamgefühle. Er muss permanent das Gefühl haben, dass er dich unter Kontrolle hat. Ansonsten droht er, entblößt dazustehen und von den vielen Menschen, die, seiner Meinung nach, alle seine potenziellen Feinde sind, ausgelacht und verhöhnt zu werden. Er wird anfangen, sich vor dir zu fürchten, wenn du dich in unberechenbarer Weise verhältst. Doch wenn du jetzt noch weiter aufblühst, sagen wir, du möchtest eine Party geben und planst sie schon vorfreudig durch, wird noch eine andere Angst des Narzissten getriggert. Eine der Ängste, die ihn ohnehin permanent am meisten quält. Die Angst, verlassen zu werden. Ein Narzisst fürchtet sich in extremer Weise davor, verlassen zu werden. Das heißt, je glücklicher und größer dein Leben wird, desto ängstlicher und panischer wird der Narzisst. Er befürchtet, dass du ihn verlässt. Er befürchtet, aufzufliegen und blamiert vor allen Leuten dazustehen. Und letztlich, und das ist immer seine größte Angst, sie ist so groß, dass er nichts davon weiß und es auch nicht glauben würde, würdest du ihm dies brühwarm auftischen, weil er alles immer höchst sorgfältig verdrängt. Fürchtet er sich davor, sich selbst mit all seinen unterdrückten Scham- und Schuldgefühlen als auch seinen Minderwertigkeitsgefühlen ansehen zu müssen. Ein Narzisst ist in seinem eigenen inneren Irrgarten gefangen, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass er diesen niemals verlassen wird. Er befindet sich in seinem Irrgarten und brüllt vor lauter Verirrung die ganze Zeit Leute zusammen. Demütigt sie und verspottet sie und bildet sich ein, denn dies würde ihm irgendetwas Gutes bringen. Wenn du deinem Narzissten eine wirkliche Lektion erteilen willst, kannst du dies tun, indem du dafür sorgst, dass dein Selbstwertgefühl stark ist, dass deine Lebensfreude über alle Maßen groß ist, dass du beruflich und finanziell stark bist und unabhängig in deinem Leben bist und dass du eine gute Vernetzung in deinem Leben hast. Das heißt, ein paar echte Freunde, auf die du auch dann zählen kannst, wenn du einmal nicht auf dem Höhepunkt des Erfolgs stehst. Der Narzisst schrumpft proportional zu deinem Wachstum. Machst du Fortschritte, wirst selbstbewusster und hast mehr Lebensfreude? Empfindet der Narzisst dies als harschen Angriff auf seine alleinige Macht? Er will jede Minute des Tages seine Macht fühlen und er kann es einfach nicht leiden, wenn diese ihm streitig gemacht wird, weil du ihn in den Schatten stellst. Du hast nur einen einzigen Sinn in seinem Leben und der ist, ihm Lebensenergie zur Verfügung zu stellen. Er will dich aussaugen. Und wenn du dich zu sehr anstellst und sagst, dass dir das etwa nicht passt, nervt ihn das nur. Du stehst nicht im Zentrum des Interesses, weil es immer nur um ihn geht. Darum stört es ihn immens, wenn du dich entwickelst und bewusster wirst. Wenn dir klar wird, dass du so etwas Ausbeuterisches nicht in deinem Leben benötigst. Er weiß, dass deine Trennung von ihm, und das betrifft jede Dynamik, nicht nur Liebesbeziehungen, nicht mehr weit ist, wenn du bewusster, lebensfreudiger, stärker und aktiver wirst. Und darum wird er versuchen, dein Fortkommen zu unterbinden. Es macht ihn panisch. Es ist die größte Folter, die du einem Narzissen antun kannst. Und er weiß sehr genau, dass er nichts dagegen unternehmen kann, wenn dein Bewusstsein sich ausweitet. Deshalb stört ihn dies am allermeisten. Trotzdem ist meine persönliche Empfehlung, keinem Narzissen irgendetwas heimzahlen zu wollen, auch wenn diese Gefühle nachvollziehbar sind. Halte dein Karma sauber und nehme dir lediglich vor, zu heilen. Er ist abhängig von dem Umstand, dass du eure dysfunktionale Beziehung nicht verstehst. Er benötigt dein fehlendes Wissen. Es ist für ihn überlebenswichtig, dass du weder durchschaust, was sich eigentlich genau abspielt, noch dass du ein vor Selbstvertrauen strotzender Mensch wirst, der jeden auslacht, der glaubt, ihn klein halten zu können. An so einen Menschen würde sich ein Narzisst niemals herantrauen. Es ist für ihn essentiell wichtig, dass du eure kranke Dynamik nicht durchschaust, sondern möglichst blindengehorsam an den Tag legst. Du sollst bitte nicht denken und keine Eigenständigkeit entwickeln, während der Narzisst dir deine Lebensenergie entwendet. Er möchte eine Art künstliche, dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehung mit dir etablieren und ausweiten, bei der du natürlich das Kind bist, oder du bist das Elternteil, dass das Kind den Narzissen die ganze Zeit bis zur Unerträglichkeit verwöhnt. Mit Geld, Aufmerksamkeit, Fürsorge und so weiter. Du kannst es dir gern aussuchen. Einem Narzissen ist alles recht, Hauptsache keine Gleichberechtigung. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist einem Narzissen nicht möglich und er hasst es. Ich plädiere hiermit für deine Heilung. Es ist der beste, wenn nicht einzige Weg, wie du einem Narzissen klar und deutlich die Leviten lesen kannst. Er wird auf diesem Weg in allerhärtester Weise mit sich selbst konfrontiert. Wenn du der narzisstischen Dynamik durch dein Wachstum entkommst, hast du dem Narzissen bewiesen, dass seine Fantasie, die er von sich hat und an die er glauben möchte, von Macht, Größe und Überlegenheit nicht der Wahrheit entspricht. Es ist eine hochintelligente Form der Kommunikation. Die Kommunikation via Handlung. Nichts ist unverhandelbarer als die Kommunikation über Handlung. Sie ist zigmal kraftvoller als jedes gesprochene Wort. Das ist für den Narzissen verwirrend, denn er ist abhängig von seiner Größenfantasie, von der Fantasie, überlegen zu sein und alle Menschen kontrollieren zu können. Du stellst also mit deinem Wachstum, in dem du erstarkst, das Narzissen-Weltbild auf den Kopf. Das kann ihn in eine sehr ernste Krise stürzen. Du drückst das Gesicht des Narzissen direkt in die Fakten, die er sein ganzes Leben versucht nicht zu sehen. Deine Heilung ist für den Narzissen eine harte Realität. Ein Narzisst glaubt, ein Gott zu sein. Viele sagen dies sogar. Ein Gott ist allmächtig, nicht wahr? Stark, kraftvoll und zerrüttbar, in der Lage, jedes Ziel zu erreichen, das er erreichen möchte. Und mit deinem Wachstum, deiner Heilung hast du ihm oder ihr kommuniziert, dass er oder sie kein Gott sein kann. Denn du bist seinem Einfluss entkommen, und das wäre einem Gott niemals passiert. Du hast also bewiesen, dass er oder sie kein Gott sein kann. Er oder sie ist lediglich ein völlig normaler Mensch und nicht einmal ein sehr interessanter. Das wird mehr Panik, Krisenmodus und Angst in ihm erzeugen, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und das, während du dein Karma vollkommen sauber gehalten hast. Du hast etwas Gewaltiges bewirkt, als du dich seinem Einfluss entzogen hast. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, dieses Video konnte dir eine Unterstützung sein. Ich freue mich sehr, dich beim nächsten Video von NARC Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!